Domen, Schwanzesmeer, Pospolos, Mangemann aber ja daran denken, quer über die Ägäis ist das ionische Meer im Fall. Eine recht weise Strecke, auf der wir alle Arten von Wetter gehabt haben, vom wunderschönen Wetter und völlig Blattwasser bis hin zu wirklich hohen, rauen Bedingungen und starken Wetter. Schon haben wir bis 15 Meter Langstand, 7,3 Meter, 0,9 Meter Zieggang, wir haben 2,10 KW Elektro geworfen. Die Schlafträger ist 150 Quadratmeter, damit können wir den Modal in der Öffentlichkeit wiederholen. Die Landung macht auch die Vorderung. Sie sehen hier, es ist ein angeschönes Wetter, die Vorderung mit sich und die Regierungen wir in der Öffentlichkeit wiederholen. Jetzt, wie wir hier sind, wir halten, wir halten, dass wir aus Ihrem Staat reden, nämlich in der Gemeinde, in der Hinschундung, in der in die Staaten stehen können, dieこれ zu der Veröffentlichung erfolgen, dass wir in der Bundesrepublik Vielen Dank.